Musik Ja und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier, oh hoppalla, zu einer neuen und weiteren Folge von Forza Horizon 5 und mal wieder mit einem kurzen, kleinknackigen Video, denn mir ist ein bisschen was aufgefallen, ich hatte ja vor kurzem ein kleines Video dazu gemacht, wie er relativ schnell zu Automeisterungs- und Fähigkeitspunkten kommt. Ich habe jetzt eine Methode entdeckt, die ist kinderleicht, hat auch nur wenige Schritte und ist wesentlich schneller und effektiver als zum Beispiel wie ein Beklopter rumzudriften und über oft forthaltiges Gelände zu fahren. Fangen wir einfach an mit Schritt Nummer 1. Wie immer beginnt Schritt Nummer 1 mit dem allerwichtigsten, euren Lieblingsauto, mit dem ihr am meisten Spaß habt, aber ein bisschen so in Sternchen und Klammern gehalten, einer eurer schnellsten Bullen mitunter den Lamborghini mit 430 kmh Spitze bei mir, den will ich zum Beispiel und dann geht ihr wie immer bei Schritt Nummer 2 auf Automeisterung und versucht einfach mal so viele Punkte wie möglich ihr auch habt, alles hier voll zu machen. Ganz wichtig natürlich hier immer extra leben. Ansonsten, ja, Wellenschlagen, all das ganze Repertoire, was ihr mitnehmen könnt, nehmt ihr mit, um zum Beispiel den Multiplikator zu erhöhen oder schneller auch Fähigkeitspunkte zu erhalten. Nein, diesmal kein Kickflip, sondern ganz einfach. Wir haben ja hier die Autobahn, die ist auch eigentlich relativ schnell ersichtlich. Man sieht es ja hier, die Autobahn relativ dick gehalten und auch hierbei, wenn wir an einer Lieblingsstelle, dem Kreisverkehr, dem großen Kreisverkehr in der Nähe von dem kleinen Militärflughafen. Und diese Strecke fahrt ihr mit dem Wagen, wie gesagt, am besten schon mit einem Automeisterung ausrüsten, einfach hin und her. Klingt ein bisschen langweilig, ist es vielleicht auch, obwohl ich sagen muss, es ist schon interessant, dadurch mit über 400 kmh Slalom zu fahren. Ja, und Schritt Nummer 4, eigentlich relativ einfach, jetzt Gas geben und auch ganz wichtig, versucht nicht allzu sehr, euch zu zerstören, sonst werden eure wohlverdienten Fähigkeitspunkte verloren gehen. Also, ich lege jetzt meistens immer hier los, einfach Vollgas geben. Ihr seht ja schon, dass es oben gleich bei den Fähigkeiten richtig schön losgehen wird. Allein schon wegen der Geschwindigkeit sammeln wir ordentlich viele Punkte ein. Daher, versucht so nah, wie es gilt, an den Autos vorbeizufahren. Deswegen nenne ich das auch mal sehr gerne Slalom fahren. Im Gegenverkehr würde ich es tunlich vermeiden, außer, ja, ihr habt eine Reaktionskraft von einem jungen Gott. Also, so wie ich quasi, aber vermeidet es einfach. Ja, und dann immer schön vorbei und ihr seht auch ganz oben schon der fünffache Multiplikator mit knapp 17.000, was an sich schon 105.000 Fähigkeitspunkte wären. Ja, und eigentlich, wenn ihr relativ gut geübt seid, nehmt einfach mal eine Hand vom Lenkrad. Nehmt euch einen Kaffee, raucht eine Zigarette, für die Jüngeren natürlich selbstverständlich keine, aber auch Limonade und O-Saft ist erwünscht. Die überquert eigentlich mal so reingeschätzt innerhalb von zwei bis drei Minuten die gesamte Karte von Forza Horizon 5. Wie gesagt, Dose nehmen, einfach hier so ein bisschen durchfahren, Slalom hier und da und wie gesagt, Wagen muss schnell sein und muss natürlich auch ein gutes Handling aufweisen. Achso, und guter Tipp, das Lenkrad niemals loslassen. Ja, und irgendwann seid ihr auch am Ende hier angekommen und habt da vorne, wenn ihr das mitnehmen wollt, auch ein Kreishockey, da fahre ich auch immer lang und dann fahrt die gesamte Strecke wieder zurück. Eigentlich relativ einfach, oder? Also, gib ihn. Achso, und mal so ein bisschen Geschwindigkeitsvergleich. Wenn man schon denkt, aus der Koppelperspektive ist das Ganze etwas schnell, halt auf weiter, denn geht man auch gleich auf die Motorhaube zu. So, wir gehen auf hier auf Kama, haben wir schon erreicht. Jetzt gehen wir jetzt da vorne am Armaturenbrett. Ja, ihr seht mehr. Ich finde es genauso schnell, aber jetzt die Motorhaube, da kommt mir mal das blanke Kotzen. Oh, ha, 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 ha. Oder hier, so hier, auch geil. Als wäre es auf der Motorhaube geschnallt und denkst dir so, okay, das geht nicht gut. Third Person ist sehr angenehm, muss ich mal sagen. Also, da kann ich ja währenddessen keine Ahnung, weil ich jetzt noch ein Handy hätte. Zum Gucken würde ich sogar mein Handy auch noch nehmen. Also, mega entspannt, muss ich sagen. ja und dann seid ihr eigentlich auch schon hier wieder im kreisverkehr gekommen hier wieder runter bremsen ja macht eure metzeln wie immer ihr gerne wollt wenn ihr driften könnt also nicht so wie ich kann wirklich kaum driften das bisschen an querstand reicht mir schon und ja ich habe allrad ringe für die leute die jetzt wieder sagen es ist kein wiff wenn ist das ein powerslide okay ja egal ja und dann fahrt er die ganze schrecke wieder zurück ich hab noch ein zwei kleine tipps eigentlich für euch die kann man aber danach ich fahr jetzt noch mal eine runde das macht echt wirklich richtig viel spaß war und kommt auf die brücke schaffen was und sprach wo gruselig oder ist die brücke wo wie weit spring ich denn also nicht ganz einmal ein rekord dran aber ich muss dazu sagen ich hab nicht extra anlauf genommen oh ich will noch mal okay die lichtung genau im blick kann mir gehen einfach jetzt hier gas okay vorsicht anfahren okay geschafft 400 km haben wir schon erreicht schaffe ich jetzt meinen persönlichen rekord hier zu brechen oh maximal geschwindigkeit haben wir auch geschafft und los oh das sieht gut aus das sieht gut aus oh das wird eng aber ich glaube das schaffen wir diesmal ne nicht ganz wow haben gut 20 meter gefehlt ja freude guten laune nein das ist jetzt ein standbild aber wie ihr ganz gut sehen könnt da oben der himmel bewegt sich weiter und das ist so mein kleiner tipp am rande wenn ihr wie ich es nicht mögt mal abends oder bei nacht zu fahren und es ist gerade nacht denn geht einfach mal auf zurückspulen und dann auf y um die aufzeichnung zu starten das heißt wie folgt ihr habt jetzt hier die möglichkeit einmal zurück zu spulen ihr könnt jetzt zum beispiel noch weiter zurückspulen und jetzt ganz links aufzeichnung ansehen mit x könnt ihr das ganze euch jetzt hier angucken und wie gesagt der clou ist der himmel bewegt sich weiter die zeit bewegt sich weiter ich weiß jetzt nicht ob das auch funktioniert von tag zu nacht das hat jetzt eben nicht funktioniert aber von nacht zu tag hat es relativ gut funktioniert schreibt mal in die kommentare ob es auch bei euch geklappt hat und wo oder bei welchen bedingungen fahrt ihr am liebsten bei nacht oder bei tag oder gar bei nacht und regen ihr verrückten in diesem sende macht's gut bleibt gesund auf wiedersehen und tschüss das leben ist so wunderbar denn ich bin youtube star also teilt like und schreibt für eine besondere zeit bis bald bis bald